So, da bin ich ja. Und weiter geht's. Wie gesagt, ich tüftel morgen mal dran rum, was ich vielleicht weglassen soll oder was ich Zusatz nehmen soll, was ich anders einstellen soll von der Grafik her. Also, das ist nicht einfach im Spiel, sondern direkt bei der Grafikkarte. Aber die Grafikkarte hat keine Sprünge. Die läuft dauerhaft. Das ist ein kleines. Kleines? 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 nicht alt aber ich habe er ist ja nicht mehr das Spiel war hier ich glaube ich muss ganz hohe hoch im Himmel gucken hier ich habe 25 Uhr 20 ich will wie gesagt ich würde auch nichts sagen also ich bin ich erregt mich nicht auf das heißt ja und in der Holze rum hier mit 20 Frames und sowas das Auge kann nur so und so es ist mir alles vor sich ein es soll nur diese extremen Sprünge soll es nicht haben wer spielt auf 30 Frames daugend 20 Frames wäre mir das auch Wurst aber wenn es dauerhaft laufen würde ich dachte so hinkriegen würde weiß dann wäre mir das alles shit egal okay dann dann holen hast du schon alles geholt wäre nicht schlecht ja auch hier eine Feldflasche Militär ja da müssen wir also hast du jetzt jemanden essen dabei das ist gut habe ich ja deine Frau wobei ich auch ich habe ich war ich bin war du hast was war hier rein in Kalle Ja. Also meine Frau spielt auch gerade Misscredits. Sie ist auch auf dem gleichen Server hier. Bei ihr läuft das ruckelfreier. Ja. Ich glaube, der Sohn hat so viele Pornos geguckt, dass das wie ein Code ist. Aber die anderen Spiele laufen auch, GTA zum Beispiel, online, das läuft ja, wow, das ist ja Wahnsinn. Ja, wenn ich jetzt wüsste, wohin. Ja, komm, ich sehe sie schon, hier rüber, komm. Du musst dran gehen, drecklich. Ja, ich sehe sie ja. Das ist eine Alphawand da oben, ne? Ja. Ja. Wohin? Ja. Durch die Bäume durch. Schütze durch. Ja. 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 als verwandt hier Jungs nicht richtig aufgeräumt ein das muss es sein ich will das müde soll ich so eine weitere machen dann hier es wirst du müde sei es aber nächstes woche eine weitermachen er darf so die gehen ich hab's gehört es ist alles bei YouTube drinnen okay langsames es gibt neue Monster hier toll voll die Alphaband hier was das denn ja ja du hast doch einen an hör doch nicht das sind Sneakers die haben ja auch nicht gehört wird okay okay ja 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 Na ja, ist doch normal. Cool. Jetzt will ich den Rädchen nicht mehr nehmen. Nee. Wieso nicht? Können wir mir rausbiegen? Keine Ahnung. Das ist das Spiel. Ich muss jetzt eins drücken. Also bei meiner Frau sind keine, äh, diese extremen Einbrüche. Absolut nicht. No go. Es läuft ein bisschen langsamer, auf eine langsame Framerate. Äh, FPS. Ja. Aber... Sie hat keine Einbrüche, so wie ich, bis auf ein FPS runter. Das hat sie nicht. Ich hab's im Heck und so gefunden. Nein. Woher steht das? Psst. Psst. Sie ist in einer anderen Wohnung, ne? Okay. ich habe natürlich auch eingesehen deswegen ja das kenne ich nicht ok ich bin auf die großen Lübbs gespeichert du darfst du ja noch keine Hände in der Hälfte rein so zumindest wurde das gesagt ja jetzt kann ich endlich allen Wunder leer kriegen okay seid ihr beide in dem Haus drin? hier ist die Tomatenlose hier ist Wiese was ist das denn? ja ich glaube nicht dass das sollte nicht so sein hier unten oder Tanja? ach so ach so ja aber das ist halt also man sieht hier in dem Haus ist noch ein kleiner Back ich muss den Streamshot machen damit ihr das seht so das ist dann etwa hier bei dem neuen Haus schlecht aufzählen das Haus hinten dran habe ich jetzt das Haus hinten dran habe ich jetzt ja können wir machen aber da ist ein alter Wand da kannst du nicht durch ja hier und hier im Fernseher ich war das deine Frau ja 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 und hin und fern sie äh ah ne Dose und Küche voll mit Essen du kannst auch Essen direkt konsum ne geile Kacke geile Kacke Mann da habt ihr echt super was gemacht Mensch ja das ist gut also ich bin jetzt voll ich hab mich grad voll gefuttert mit Dosen also das mit dem mit dem Frame einbrüche des das Verzeichen ohne weiteres da habe ich noch dahinter warum das so ist bei mir da habe ich noch dahinter warum das so ist bei mir hängt was raus ne also beziehungsweise nicht raus und eher runter ne ich hab hier eine Kugel okay Leuchte, 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 okay. Okay. Was denkst du, was in der großen Stadt gerade abgeht da? Guck mal, was bei mir an einem Baum hängt. Siehst es wackeln? Radkreuz. Was? 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 Ja, nimm du die Karte? Dann kannst du nicht lesen. Okay, dann komm ich gleich noch her. Hast du alle Dosen mitgenommen? Deine Frau hat alle Dosen mitgenommen. Wo hast du gesagt, die Karte? Was? Ja? Ah, okay. Ich komm runter. Nicht im Haus, ja. Kommen wir doch mal gucken. Ja, wach? 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 Alter Falter. Alter Falter. Alter Falter. Na, ihr beiden Süßen da hinten? Was macht ihr da hinten? Hm? Ähm. Das ist jetzt nicht der Ernst, oder? Scheiße! Die Viecher kommen hochgerannt. Ja, die kommen hochgerannt. Alter Falter. Okay, okay. So, jetzt gucken wir mal auf die Karte hier mit bei mir. Siehst du das? Da ist ein Flugplatz sogar dabei. Und in der Mitte ist ein Flugplatz, ne? Oder irgendwas Flugmäßiges. Voll geil, ne? Also, ruhig hoch. Okay, Mann. Warte, was war denn? Entschuldigung. Das trinke ich gleich. Und hier ist alles rein. Da wei dich. Ich, ich, ich mich an. Das behalte ich mal. Ich bin gerade im gegenüberliegenden Haus drin. Munition gefunden. Ich kann es hier aufnehmen, okay, ich lasse liegen. Das kann nur Sammy sein, der so rein kann. Auf den Schreibtisch. Das hat er sich gleich selber kombiniert. Ich habe hier Leuchtpistole. Leuchtpistole. Hier hinten im Eck. Ja, warte. Ich kann sie nicht nehmen, die Leuchtpistole. Ja, komm her. Wie soll ich denn herkommen? Ah, da ich habe sie. Ah, leck mich am Arsch. Ja, das sagst du so leicht. Warte mal, ein FPS hier. Okay. Oh, ich habe mehr Platz. Da war eine Dose drin. Krass. Das ist komisch, ne? Hat deine Frau auch schon was? alle müssen wir auch noch so eine Jacke finden du bist im nächsten Haus drin mit einer roten Wand dran also das ist spieler gibt das wissen wir haben welche gesehen schon krass gegenüber ich nehme Tanja sie ist noch nicht drin ich gucke mal ganz kurz zu der Wand ob das eine richtige Wand ist oder nur einfach Illusion ok ist eine richtige Wand ja ich mache einen Ausgleich weil essen brauchst du doch ein bisschen mehr als trinken trinken kriegst du ruckzuck zusammen hast du keinen Platz mehr für Essen ok dann komme ich mal was rein holen oh das andere ist so da ok ok in dem blauen ja da waren wir doch schon ach so in dem blauen ne noch nicht da rutscht ja auch ein Fahrrad ok ja hier hier auf den Tisch cool jetzt kann sie wieder aus Tomatensoße oder oder ok also ich bin die ganz voll schlauend essen das ist ja übel die die sehe ich müssen oben rein ja von anderer Seite oder oder doch doch ich rämmer glaubt ist ganz hoch hier oben schon hier oben schon ja ok man kommt rein ok man kommt nicht rein doch man kommt rein doch doch man kommt rein doch man kommt rein nur nicht gerade um die Ecke hier das ist noch ein bisschen hier geht's auch hoch alter guckst du mir die Straße an du ach so ach so da steht nur auf die ach so ist auch leer geil ja ließ ja er ja er hätte gleich jahre zu weisen und zufrieden wird alter halter hier steht überall alpha wände ich ich komme gar nicht in die Häuser hier du ne links links kommst du gar nicht rein links links hier ist ende also entweder haben sie nicht alles wegbekommen dass sie irgendwas vergessen haben mit der alpha wände oder es ist wirklich noch gesperrt und weil die anderen zombies und die wölfe fehlen ja auch alle ne ich lass deine frau mal laufen ich guck mal zu wie weit sie kommt ok ihr lauf weiter ihr lauf weiter ihr kommt rein kommt sie rein aber aufpassen ok ich gehe trotzdem mal ein bisschen an die seite ne ich möchte nicht gleich hier du weißt wie die deutschen sind die schießen erst drauf und dann ist es vorbei ok es ist ja momentan auch nur die polizeistation offen hier ah hier ist offen ich traf was ist ein bisschen drinnen buchst du mal die kundidecke an ja nicht reinfallen okay also überstehende Alfa Wende hier rum das ist für mich ich habe mir die DDR hier im Ostbau die Wende die Wand hier ja 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 die Wende ja 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 ich glaube ja ich glaube das ist irgendwie noch hier noch nicht ganz ausgereift die eigentlich nicht weil da vorne ist auch offen aber ich habe noch gar keine zum doch eins von mir gesehen ein Paulumann haben wir gesehen huch wo soll ich denn hier hin okay Eben als wir sie vor voll die letzten überlebenden hier so Gibt's auch eure Dino-Reise auf Dino-Seriesien? Hallo! Haha! Ich hab keinen Kerl! Ja, ich hab keinen Geil. Aruna, lassen wir's mal hier!